Wir sind das Team Hillmann, das ist Ingeborg Erler an meiner Seite. Das ist Jörg Hillmann an meiner Seite. Genau, wir kommen aus Göttingen und wir spielen in Göttingen, in Kassel, Bodenwerder, das ist bei Hameln und zukünftig wahrscheinlich auch in Fulda. Also das Schöne am Rudel singen, das ist eigentlich wie Lagerfeuer singen, nur ohne Lagerfeuer und man braucht keine Stirnlampe, man braucht keine Lesebrille und es ist einfach dieses zusammen drauf los singen, Lieder, die alle können, die einfach Spaß machen, die Leute teilweise an irgendwas Schönes erinnern und man muss nicht vorher üben, man muss nichts vorbereiten, man kommt einfach, die Leute kommen und haben Spaß. Für mich ist Rudel singen auch vor allem deshalb schön, weil ich einmal es genieße mit so vielen zusammen gleichzeitig zu singen, wenn man oben auf der Bühne steht, ist das wie eine warme Dusche, die einem entgegenkommt. Für mich ist Rudel singen, wenn man oben auf der Bühne steht, ist das wie eine warme Dusche, die einem entgegenkommt. Für mich ist Rudel singen, wenn man oben auf der Bühne steht, ist das wie eine warme Dusche. Für mich ist Rudel singen, wenn man oben auf der Bühne steht.